Das wird jetzt hochinteressant, die Zukunft im Bauwesen, da gibt es ein Zauberwort, ein Schlagwort, ein Wort mit drei Buchstaben, heißt BIM. Der Wiener denkt jetzt an ganz was anderes, für die, die BIM noch nicht kennen, das ist Building Information Modeling, also eigentlich auf gut Deutsch Gebäudedatenmodellierung und wir haben einen Experten zu diesem Thema bei uns, das ist der Baumeister Hans-Peter Schachinger von Zwietelski. Er kommt aus dem Baugewerbe, hat selbst einen Hochbaubetrieb geleitet und ist seit einiger Zeit nun bei Zwietelski auch speziell für dieses Thema zuständig. Wir werden ein bisschen was darüber hören jetzt, wie man sozusagen mit modernen digitalen Methoden hier in der Bauwirtschaft sich einen Standortvorteil, einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann. Ich freue mich schon sehr darauf und darf den Herrn Schachinger bei uns auf der Bühne recht herzlich begrüßen. Danke für die Ankündigung. Also ich habe jetzt, also zuerst freut es mich, dass ich da beim ID mit dabei sein darf. Ich komme ja doch aus einer traditionellen Branche, also die Baubranche wird sehr traditionell und konventionell gesehen. Umso spannender ist es jetzt, diese Transformation von Google zu einem traditionellen österreichischen Bauunternehmen zu machen. So, jetzt funktioniert die Technik. Sie sehen, wir sind noch nicht so vertraut mit der Technik. Das habe ich mitgenommen aus Deutschland. Wir haben heute schon einen folgenden Blog gehört. Mit Deutschland ist da auch sehr innovativ. Vor allem im Bereich BIM, Building Information Modeling, sind sie uns schon gut zwei bis drei Jahre voraus. Also das ist ein Statement einer Projektleiterin eines BIM-Pilotprojektes. Das wurde abgeschlossen, wurde im Jänner, wurde das Bauvorhaben übergeben. Wenn Sie diese Aussagen haben von Ihrer Kundschaft, dann können Sie sagen, ich habe alles richtig gemacht. Und BIM hat das dort ermöglicht. Und was mir da am besten gefallen hat an dieser Aussage, dass mit BIM macht Bauen wieder Spaß. Also ich komme aus der Baubranche, ich bin in der Praxis tätig gewesen, habe einen Baumeister gemacht, bin in Niederösterreich zu Hause und bin seit 2015 BIM-Beauftragter bei Svidelski. Habe in meiner 20-jährigen Berufslaufbahn zehn Jahre in einem ausführenden Unternehmen verbracht, dort mit der Leitung des Hochbaubetriebes. Und dann habe ich gewechselt zehn Jahre auf die Planungsseite. Ich habe mir das von der anderen Seite angesehen und habe dort ein kleines Unternehmen, als Tochterunternehmen geleitet, wo wir für ein mittelständisches Bauunternehmen mit 400 Mitarbeitern die Planungen gemacht haben. Das war mir dann auch zu wenig. Ich wollte unbedingt dann nach Wien kommen und GU-Bauleiter, also wirklich einmal auf große Baustellen tätig sein. Die Karriere da als GU-Bauleiter hat nicht lange gedauert. Nach einem Dreivierteljahr bin ich quasi in die Zentrale gewechselt. Und das hat folgenden Grund gehabt. Ich habe mich 2003 schon mit der 3D-Modellierung beschäftigt, wurde damals noch ein wenig belächelt. Ja, warum zeichnest du jetzt plötzlich alles in 3D? Wir machen ja alles in 2D und das funktioniert. Ich habe aber damals schon die Vorteile gesehen dieser Technologie, die darin steckt. Fünf Jahre später habe ich dann 2008 begonnen mit der Mengenermittlung aus diesen 3D-Modellen, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, jetzt haben wir diese 3D-Geometrie geschaffen, darin stecken doch Abmessungen, Volumen und Flächen. Man muss doch mit dem auch etwas anfangen können und habe begonnen, daraus Mengen zu ermitteln. Daraufhin haben meine Kollegen gesagt, okay, das lasst lieber bleiben. Wir machen die Mengenermittlung selbst. Es hat sich dann wieder zerstreut. Wie ich dann nach Wien gekommen bin, ist das erste Mal das Schlagwort BIM gefallen. Und da war das Thema, dass man aus 3D-Modellen wieder Mengen ermitteln kann, sehr groß. Ich bin dann September 2015, habe ich meine neue Tätigkeit begonnen als BIM-Beauftragter bei der Firma Swidelsky, also dass sich Firma Swidelsky auch mit dieser Digitalisierung, die da in Zukunft ansteht, oder wo wir schon mittendrin sind, beschäftigt. Ich bin in der Mitarbeit beim ÖBV, bei der Österreichischen Bautechnikvereinigung. Das ist ein Arbeitskreis für BIM in der Praxis. Also in der Theorie gibt es die Norm und wir schauen jetzt, dass wir diese Norm in die Praxis bekommen. Und habe 2015, 2016 auch an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen, des FH Campus Wien. Das war das Grundlagen des BIM-Managements. Kurz zur Firma Swidelsky. Firma Swidelsky ist ein richtig traditionelles Unternehmen. 1936 gegründet, mittlerweile über 9000 Mitarbeiter. Wir sind tätig im Hochbau, Tiefbau, vor allem auch bekannt im Eisenbahnbau. Unsere Kernmärkte in Europa sind Deutschland, Tschechien, natürlich Österreich und Ungarn. Wir sind aber auch weltweit vertreten, vor allem mit dem Eisenbahnbau. Also wir haben auch eine Niederlassung in Australien. Warum ist BIM für mich wichtig? Vorige Woche habe ich auch die Ehre gehabt, einen Kongress vorzutragen. Da ging es vor allem um das Thema Wohnen und die Zukunft des Wohnens. Und Wohnen ist für mich ein Grundbedürfnis. Und Wohnen muss auch in Zukunft leistbar sein. Wenn man sich vorstellt, Wien ist in den letzten 15 Jahren um eine Stadt wie Graz gewachsen. Und es wird prognostiziert, dass auch Wien in den nächsten 15 Jahren nochmal um eine Stadt mit 250.000 Einwohnern wachsen wird. Und um das möglichst kostengünstig durchführen zu können, sehe ich BIM als die Möglichkeit der Bauproche, hier seinen Anteil beizutragen. Ein paar Schlagworte zu BIM, zu Building Information Modeling, die immer wieder mit diesem Begriff verbunden werden. Also in erster Linie ist das ein 3D-Modell mit Informationen. Dann BIM ermöglicht die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir haben das heute schon gehört, über Unternehmensgrenzen hinweg. Also es kann ein Architekt mit einem Statiker, mit einem Haustechniker zusammenarbeiten. Es gibt auch den englischsprachigen Begriff Collaboration oder heute auch schon gefallen Cooperation. Zwei wesentliche Themen sind auch Value Management und Lean Management. Bis jetzt haben wir Claim, also das Claim Management, wenn Sie Bücher anschauen über das Claim Management, die sind dicker als alle anderen Bücher, die Sie über Bautechnik lesen können. BIM wird erstmalig dieses Value Management ermöglichen, weil es für jeden Partner, Teilnehmer an dem Projekt den selben Wissensstand aufbereitet. Claimen besteht ja in erster Linie aus dem, dass jemand mehr Wissen hat als der andere und das zu seinem Vorteil ausnutzt. BIM wird das einen Beitrag leisten, dass wir zu Value Management kommen. Ein anderes großes Schlagwort ist natürlich Lean Management. Also wir wollen jetzt keine überbordende Bürokratie schaffen, sondern möglichst schlanke Prozesse gestalten, die digital miteinander verbunden sind. Und da gibt es noch drei Begriffe dazu, denen ich sehr stark vertrete. Das ist für mich, das ist Open BIM. Open BIM ermöglicht es wirklich über Unternehmensgrenzen, über Softwaregrenzen hinaus zusammenzuarbeiten. Und dazu gibt es zwei wesentliche Werkzeuge. Das eine ist die IFC, die Industry Foundation Classes. Diese ermöglicht quasi erstmalig von einer CAD in eine andere CAD, also ein Zeichenprogramm, 3D-Geometrie mit Informationen zu übertragen. Und ein weiteres Schlagwort ist auch das BCF, das ist das BIM Collaboration Format. Das ermöglicht quasi Informationen von einem Modell. Wir sehen das auch nachher dann, wenn es eine Kollision gibt, diese Kollision diesen Kollegen mitzuteilen. Also zum Beispiel, Sie haben ein Tragwerksmodell, einen Rohbau mit einer Wand und diese kollidiert mit einer Lüftungsleitung. Dann kann diese Kollision direkt mit dem BCF-Format verlustfrei übertragen werden. Also der Kollege im Partnerbüro weiß sofort, von welchem Durchbruch wir dabei sprechen. Ja, wie sieht die heutige Realität aus? Also das sind einige Schlagworte, die ich da gesammelt habe. Man könnte jetzt wahrscheinlich einen ganzen Tag darüber moderieren. Also mit dem kämpfen wir jetzt in der Realität. Verzug, Mängel, fehlende Schnitte, Massenfehler. Das Ganze ist nicht nachvollziehbar. Von wo kommen die Massenmengen her? Ja, natürlich hat das dann Übertragungen auf die Kosten. Die Kosten explodieren, weil plötzlich irgendwo Dinge auftauchen, die man vorher nicht berücksichtigt hat. Falsche 2D-Pläne, also das habe ich in meiner Praxis nicht einmal erlebt. Sondern mehrmals, dass quasi der Schnitt mit dem Grundriss so gut wie überhaupt nichts zu tun hatte. Und vor allem, was die Investoren natürlich dann das Schwierig macht, aufgrund dieser Information Entscheidungen zu treffen. Also mir würde es auch schwer fallen, eine Entscheidung zu treffen, wenn ich weiß, dieser Grundriss passt mit dem Schnitt nicht überein. Ja, und leider endet das dann in diesen Schlagzeilen. Also da ist es egal, wo man da hinschaut. Man wird immer wieder diese Schlagzeilen finden. Und BIM soll dazu beitragen, dass diese Schlagzeilen in Zukunft nicht mehr stattfinden. Ja, ich habe mir dann aber auch Gedanken gemacht, wie sieht eigentlich die... Es gibt auch sehr viele Bauvorhaben, die sehr gut funktionieren. Nur die werden halt nicht über die Medien kommuniziert. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, okay, warum? Warum brauchen wir BIM? Wir bauen ja jetzt auch. Und da habe ich dann festgestellt, ich bin da in Deutschland bei einer Baustelle vorbeigekommen. Und auf der linken Seite Tafel sieht man, da habe ich zuerst geglaubt, das sind die ausführenden Unternehmen. Beim näheren Hintreten habe ich dann gesehen, das sind die planenden Unternehmen. Also sie haben für dieses Bauvorhaben alleine 19 planende Unternehmen benötigt. Und auf der ausführenden Seite hatten sie 31 Unternehmen. Also wir reden heutzutage bei einem mittleren Bauvorhaben von 50 Unternehmen, die sie mittlerweile miteinander vernetzen müssen. Und dazu haben wir denkbar schlechte Werkzeuge. Also wir arbeiten mit Word-Files, mit Excel-Files, wir schicken E-Mails hin und her, so wie im Vortrag zuvor, wo man dann bei der zehnten E-Mail-Version angekommen ist und eigentlich nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig, stimmt der Anhang noch, ist der Plan jetzt der letztgültige oder hat sich mittlerweile wieder was geändert. Und wir schaffen jetzt nur diese Komplexität in den Griff zu kriegen durch mehr Personaleinsatz. Also wir haben immer mehr Personal, wir haben immer mehr Unternehmen, die wir beschäftigen müssen, um ein Bauvorhaben abzuwickeln. Und das Ganze hat natürlich dann Auswirkungen auf die Produktivität. Also ich war im Herbst in der Schweiz, dort hat Siemens diese Folie präsentiert. Also die zeigt sehr schön, wie sich die Produktivität entwickelt hat. Man sieht sie hier auf der Manufacturing-Seite, auf der produzierenden Seite ist sie von 1991 bis 2011 von 100 auf 170 gestiegen. In der Baubranche hat sich keine Steigerung nicht ergeben. Im Gegenteil, wir sind auf demselben Niveau wie vor 20 Jahren oder mittlerweile dann 30 Jahren. Dann habe ich mir das angeschaut, wie schaut das in Österreich aus? In Österreich, diese Quelle der Statistik Austria sieht das nicht viel besser aus. Maschinenbau, BKW oder die Gesamtindustrie hat sich dementsprechend entwickelt. Die Bauindustrie ist am selben Standard wie 2005. Also dort findet nicht wirklich eine Produktivitätssteigerung statt. BIM soll eben dazu beitragen, diese Prozesse wieder schlanker zu machen, digital zu gestalten, um dementsprechend die Produktivität im Bauwesen zu erhöhen. Ja, wir haben heute eh schon viel darüber gehört, was ist Digitalisierung und Industrie 4.0. Wie verstehe ich Digitalisierung? Also jeder kennt das von uns, jeder hat mittlerweile ein Smartphone, ein Tablet oder einen Internetzugang. Und dann habe ich da drei Firmen, die hatten wir da auch schon mehrmals, stellvertretend für die Digitalisierung. Wenn man überlegt, was haben diese Firmen gemeinsam? Also alle drei Firmen, Amazon, Google und Uber, haben eigentlich nichts wirklich Neues erfunden. Also Amazon, den Handel gibt es schon seit über 1000 Jahren. Ein Lexikon gibt es auch schon seit langer Zeit. Und Taxi-Unternehmen gibt es auch schon dementsprechend lang. Was alle diese drei Unternehmen miteinander haben, sie haben die Prozesse neu definiert und schlanker gestaltet. Und wir kommen dann zur nächsten Folie, was alle drei Unternehmen auch miteinander haben, außer dass sie erst vor kurzem entstanden sind und schnell gewachsen sind, sondern sie haben eine disruptive Technologie. Und das Kodak und Nokia ist heute auch schon gefallen. Kodak war Weltmarktführer in der digitalen, also in der Fotoindustrie, hat aber das Ganze dann abgegeben, weil sie quasi die Entwicklung der digitalen Fotografie selbst im Haus hatten, entwickelt hatten, aber nicht quasi zur Marktreife weitergeführt haben, sondern das eigentlich günstig an ein heute sehr erfolgreiches Unternehmen verkauft haben. Und vor zehn Jahren war Nokia für jeden ein Begriff. Es hatte fast jeder ein Nokia-Handy. Nokia war auch über ein Jahrzehnt Weltmarktführer. Die Sparte wurde jetzt auch um einen Bruchteil an ein anderes Unternehmen weiterverkauft. Ja, dann ein kurzes Thema. Was ist eigentlich Industrie 4.0? Es hat die großen industriellen Revolutionen gegeben seit 1800. Die erste war quasi die Dampfmaschine, die hat um 1800 begonnen. In Wien hat es dann so um 1830 begonnen. Die zweite industrielle Revolution war der Strom. Die Fließbandarbeit wurde entwickelt. Die dritte fand dann in den 70er Jahren statt. Das hat der Einzug der IT hat stattgefunden. Also es wurden Computer angeschafft. Und jetzt sind wir in der vierten industriellen Revolution. Also das Schlagwort Industrie 4.0 ist jetzt die Vernetzung. Mensch, Maschine und Maschine zu Maschine oder IT zur Maschine. Und da kommen wir jetzt zu diesem Schlagwort BIM. Also BIM ist quasi die Antwort der Bauindustrie auf Digitalisierung und Industrie 4.0. Man sieht das hier ganz schön. Das wurde 2008 von der Firma Autodesk, einem großen CRT-Hersteller in München, das erste Mal präsentiert. Building Information Modeling. Und Building Information Modeling deckt einen sehr großen Kreis ab. Also das beginnt hier links quasi mit der ersten Idee, überhaupt ein Gebäude zu machen. Geht über das ganze Design, die Planung bis zur Vorproduktion eines Gebäudes. Dann über zur Ausführung eines Gebäudes. Und was ein wesentlicher Teil ist, vor allem auch in dem Betrieb, in das Facility Management. Weil man oft sieht, Gebäude werden in zwei, drei Jahren errichtet, werden aber dann 30 bis 50 Jahre betrieben. Und da ist es sehr interessant, dass man eine Technologie hat, wo man vorab in der Planung schon simulieren kann, okay, wie wirkt sich meine Planung auf den Betrieb aus? Welche Betriebskosten entstehen dann quasi in der Laufzeit des Gebäudes? Und diese Daten werden übertragen bis in den Rückbau. Man will ja quasi wissen, es ist ein bisschen so ein Schlagwort, das Urban Mining. Wie viel Rohstoff steckt eigentlich in einem Gebäude? Mit welchen Baustoffen kann man rechnen, dass man aus diesem Gebäude gewinnen kann? Und in jedem dieser einzelnen Bereiche findet wieder eine Innovation statt, wo quasi die Firmen untereinander die Daten austauschen können. Vor allem ist die wesentliche Innovation, die BIM hat und die Digitalisierung hat, ist die Vernetzung untereinander, dass Daten ohne Verlust übertragen werden. Jetzt kurz ein paar Potenziale von BIM, also vor allem in der Projektierung, in der Planung, wartet man sich und hat das auch mittlerweile auch schon erfahren, dass wesentliche Steigerungen in der Effizienz durch den raschen Datenaustausch erfolgen. Dann ist das erstmalig, wie vorhin schon erwähnt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, also wird wesentlich durch BIM unterstützt. Das ist ein sehr gutes Werkzeug dafür. Was BIM vor allem für Investoren große Möglichkeiten bietet, ist diese Kosten- und Vertragssicherheit und vor allem auch Terminsicherheit, weil diese Kosten, das sieht man dann in der Mengenermittlung, werden quasi direkt mit einer 3D-Geometrie verknüpft. Dann große Bereiche sind das Lifecycle Management, also ein Facility Management und auch in der Nachhaltigkeit. Und wie vorhin auch schon gesprochen, die Übertragung der Daten ins Facility Management. Und es können auch noch weitere Prozesse angeschlossen werden, wie das ganze Bestellwesen von Bauprodukten, wenn zum Beispiel Hersteller im 3D-Modell die Informationen haben, okay, welche Fenster brauchen wir dort, wie groß sind die Fenster, aus welchem Material sollen die Fenster bestehen, und auch einen anderen Bereich in Simulationen, dass diese 3D-Modelle plötzlich durch eine Standardisierung es ermöglichen, dass Simulationen nicht intern im Haus gerechnet werden, sondern weltweit auf Großrechnen durchgeführt werden. Also da tun sich wesentliche neue Möglichkeiten in Zukunft drauf. Ja, und das ist jetzt im Prinzip, wie funktioniert das? Also das Ganze wird zu einem Koordinationsmodell zusammengestellt, das besteht aus verschiedenen Fachmodellen. Das wesentliche Fachmodell ist jetzt einmal von der Architektur, die Architekturplanung. Dann kommen zwei wesentliche dazu, das ist die Tragwerksplanung, also die Statik eines Gebäudes, und ein großer Teil in Zukunft wird die technische Gebäudeausrüstung sein, die DGA, also man sieht das heute schon, dass immer mehr Haustechnik in den Gebäuden verbaut wird und die Lebenszeit dieser Haustechnik verkürzt sich, also nach 10, 15 Jahren hat sich quasi die Technologie schon wieder so weiterentwickelt, dass die Haustechnik schon wieder veraltet ist. Und dann können Sie auch noch weitere Modelle machen, wie ein Statikmodell, Fenster-Türen-Modelle, Modelle für die Baufysik, für die Ermittlung des Energiebedarfs und auch Räume- und Zonenmodelle, vor allem für das Facility Management, für die Flächenbewirtschaftung. Das ist jetzt also ein großer Vorteil dieser Teilmodelle. Sie müssen sich vorstellen, diese Teilmodelle werden in einer Software, wie hier von Solibri, ineinander verschoben und dann können Sie dort Kollisionsermittlungen machen oder auch ist es bereits möglich, dass man, in Österreich haben wir die OEP-Richtlinie, die Bautechnikverordnung darstellt, Gebäude auch prüfen können, entsprechen diese der Bautechnikverordnung. Sind die Steigungsverhältnisse der Stiegen in Ordnung, sind die Durchgangsbreiten der Türen in Ordnung, sind die Fluchtwege breit genug, all das können Sie in Zukunft mit einer Software aus einem 3D-Modell prüfen. Das ist eine wesentliche Anwendung dann im Facility Management, also das ist jetzt nicht wirklich mehr eine Utopie, es gibt die ganze Technik, also er schaut da mit dem Tablet quasi durch die abgehängte Decke durch und sieht dahinter, welche Haustechnik-Installation da verbaut wurde. Also wir haben das 3D-Modell dazu, wir haben das Tablet dazu und wir haben mittlerweile auch eine Technik, dass man eine In-Tor- oder In-Raum-Positionierung des Tablets machen kann, damit das Tablet genau seine Position erkennt, wo bin ich im Gebäude und wo schaue ich hin. Und das ist jetzt quasi der Datenverlust- und Sägezahneffekt, hier grau dargestellt, der herkömmliche konventionelle Projektbearbeitung. Man sieht, in jeder einzelnen Phase wird sehr viel an Information produziert, es geht aber bei den Phasenübergängen dann wieder sehr viel Information verloren, die dann mühsam wieder aufgeholt werden muss. Also in der Praxis zum Beispiel, Sie bauen jetzt einen Plan in ein Gebäude, Sie sind in der Einreichphase und dann verzögert sich diese Einreichphase um 2-3 Monate. Das heißt, Ihr Projektteam macht mittlerweile schon wieder ein anderes Projekt, das haben Sie dann für dieses Projekt gar nicht mehr zur Verfügung. Also Sie können sich alleine schon, wenn man diese Flächen, die da über dem grünen Strich sind und unter dem grünen Strich sind, aufsummieren, welche Effizienzsteigerungen da möglich sind. Und ich habe mir dann überlegt, was ist jetzt eigentlich der Kern von BIM? Was kann man damit in der Praxis als Unternehmen anfangen? Ich habe mir überlegt, der Kern von BIM ist für mich jetzt ein einfacher Würfel, eine 3D-Geometrie mit Informationen. Also diese 3D-Geometrie hat Länge, Breite, Höhe. Und die sind von Haus aus, wenn ich die 3D-Geometrie erstelle, schon in diesem Objekt enthalten. Weil das hat dann einen Einfügepunkt, also wo befindet sich dieses Objekt im Raum. Und dann kann ich die Information, also das I im BIM, die Information, auf dieses Objekt draufhängen. Und ich sage zum Beispiel diesen Würfel, weißt du was, du bist jetzt Materialbeton, du bist jetzt Ziegel. Und mit diesen Daten kann man dann quasi was anfangen. Also es ist quasi das erste BIM-Objekt, das Urprojekt. Man sieht dann rechts hier blau und gelb dargestellt, wie das in einem BIM-Modell gekennzeichnet wird. Es bekommt einen Identifier, damit man alle Projekte durchnummeriert hat. Und mit diesen Attributen und Eigenschaften, wie man es auch heute schon gehört, geht man dann ins Coden, in die Programmierung. Also es wird in Zukunft so sein, dass man irgendwo eine Basisausbildung in der Programmiersprache haben wird müssen als Techniker. Man kann nämlich dann mit diesen Eigenschaften sogenannte IF-Bedingungen machen. Also wenn du Material so bist und dieser Würfel oder dieses Objekt bist, dann mache das. Ja und dann übertragen wir quasi diese Überlegung jetzt auf Bauteile. Also wir haben jetzt da zum Beispiel ein kleines 3D-Modell, wo wir eine Wand haben und eine Fensteröffnung. Man sieht oben rechts bei der Wand, da hängt ein ID drauf, ein Identifier, sodass diese Wand eindeutig identifizierbar ist. Dann hängt da zum Beispiel drauf Material, hier beim Beispiel Beton der Klasse C2530 und natürlich die Abmessungen. Und genauso spielt sich das bei anderen 3D-Objekten dann weiter. Und aus diesem Ganzen entsteht dann eine Datenbank. Sie sehen oben quasi kann ich die Eigenschaften, die sind beliebiger weiterbar. Ich kann auf dieses 3D-Objekt beliebige Eigenschaften draufhängen, was sie wollen. Wärmeschutz, Schallschutz, die Kosten, wer ist der Hersteller, wann wurde es produziert. Und genauso ist auch diese Tabelle vertikal erweiterbar, unendlich quasi an Objekten, die sie da aneinander fügen können. Und das Wesentliche ist, dass diese Datentabelle mit einem 3D-Objekt in der Geometrie verknüpft ist und natürlich immer eindeutig zuordnenbar ist, welche Eigenschaften hat dieses Objekt. Und das Ganze nennen wir dann das Datenmodell. Ja, kurz dann noch einmal praktische Umsetzung dieser Technologie. Also wo wenden wir das jetzt an? Bei uns ist es eine große Aufgabe, aus Planungen, aus 2D-Planungen, Mengenermittlungen zu rechnen, um Angebote für Kundschaften erstellen zu können. Also wir haben hier links dargestellt eine 3D-Geometrie. Und diese wollen wir in ein Angebot mit Mengen, mit Leistungspositionen und mit Preisen übertragen. Das funktioniert jetzt herkömmlicherweise. Also wir kriegen sehr viele Daten in 2D. Also es wird quasi jetzt über Assistenten, wird dieses Modell, dieses Bauvorhaben nachmodelliert. Wir werden jetzt von der händischen Übertragung dann in Zukunft auf die IFC-Übertragung umsteigen. Also erste Erfolge oder Tests haben schon gezeigt, dass wir 50 bis 60 Prozent der Daten, ohne dass wir uns vorher mit dem Plan abgestimmt haben, übertragen können und auswerten können. Und genau erste Tests haben gezeigt, dass wir diesen Wert auf bis zu 80 beziehungsweise mehr Prozent übertragen können. Das heißt, wir können automatisch 80 Prozent und mehr direkt in unser System vom Planer, vom Projektanten übertragen und dann auswerten. Und das Ganze, können Sie sich vorstellen, hat wesentliche Vorteile in der Angebotsausstellung, in der Arbeitsvorbereitung. Und da ist jetzt wieder der Kern, also diese Verknüpfung ist die IFC-Schnittstelle. Also die IFC-Schnittstelle ist global tätig, das ist die Building Smart International wurde die entwickelt. Die IFC-Schnittstelle ist mittlerweile auch ein Begriff in China. China möchte zum Beispiel sein komplettes Eisenbahnsystem über IFC digitalisieren lassen. Wie funktioniert das in der Praxis? Also wir haben da quasi schon Assistenten entwickelt, da zum Beispiel anhand eines Streifenfundamentes. Assistenten beziehungsweise CAD-Standards im Büro ermöglichen natürlich, dass einmal ein einheitliches Modellieren oder Zeichnen ermöglicht wird. Dieses Streifenfundament bekommt jetzt Attribute oder Eigenschaften, in dem Beispiel Betongüte, dann geben wir an, wie viel Stabstahl wir verwenden, ob dieses Streifenfundament geschalt wird oder ob es gegen Erdreich betoniert wird. Das sind lauter Möglichkeiten, die sich an diese 3D-Geometrie anhängen. Da sieht man das dann vom Desktop, vom CAD-Programm, wo diese 3D-Geometrie gezeichnet wird. Und diese Attribute oder Eigenschaften geben dem 3D-Körper dann die notwendigen Informationen. Und so werden dann diese Informationen in der Datenbank abgespeichert und können zu diesem Objekt immer wieder abgerufen werden. Ja, und im Hintergrund haben wir dann eine Programmierung laufen, einen Programmcode, der diese Geometrie abfragt und auch die Eigenschaften abfragt und aus diesen Verknüpfungen macht. Und dieses Elementbuch macht dann quasi einen Report aus dem Modell und schreibt in diesem Fall hier die Leistungsposition. In Österreich haben wir das Leistungsbuch für Hochbau, wo genau definiert ist, wie hat diese Leistung auszusehen. Und auf dieser Leistung hängt dann automatisch die Menge drauf. Das Ganze wird dann in einer AVA, also in einer Ausschreibungssoftware, wird das von der CAD in die AVA übertragen. Und wenn Sie dort jetzt quasi ein Stamm-Mail vorhaben mit Einheitspreisen, die definiert sind, dann brauchen Sie das Ganze nur mehr verknüpfen und kommen so fast eigentlich automatisch zu einem Angebot. Und der wesentliche Vorteil ist, über diese ID können wir in der 3D-Geometrie immer wieder nachvollziehen, okay, wo sind diese Mengen dieses Fundamentes. Sie müssen sich vorstellen, das ist vor allem bei großen Projekten, wo man die Übersicht dann verliert, dass man sich dann darstellen kann in der 3D-Visualisierung, okay, wo sind meine Fundamente mit dieser Betongüte, wo sind meine Fenster mit diesen Eigenschaften in dem Objekt verbaut. Und ein weiteres kleines Highlight ist, dass quasi direkt im CAD-Programm die Kosten live mit angezeigt werden. Also man nennt das Design-to-Cost. Wenn Sie da jetzt das Fundament erweitern oder ergänzen oder was dazu zeichnen, dann steigen automatisch die Kosten oder werden wieder reduziert, je nachdem, wie Sie Ihr Projekt weiterentwickeln. Ja, und das Ganze kann man natürlich dann auch für andere Anwendungen hernehmen. Also wir können Projekte nach Bauteilen auswerten. Zum Beispiel hier können wir sagen, okay, was kostet der Bauteil A, was kostet der Bauteil B, was kostet die Fundamentplatte, was kostet das Erdgeschoss und das hat dementsprechende Vorteile. Also Sie können diese Daten oder Reports und Auszüge dann für Terminpläne verwenden, für Zahlungspläne, dann auch für die Abrechnung mit den Auftraggebern oder mit den Nachunternehmern. Sie können Varianten rechnen, Sie können sagen, okay, mache ich das in Ortbeton oder mache ich das mit Fertigteilen, indem Sie einfach die Attributisierung ändern. Und natürlich können Sie auch intern die wöchentliche Kostenabgrenzung machen, weil Sie sagen, dem System dann, okay, diese Wände haben wir diese Woche hergestellt und diese Bauteile, wie viel haben wir verbaut, wie viel können wir theoretisch abrechnen und was hat uns das gekostet. Dann machen wir auch noch eine Kostenermittlung laut ÖNOR B1801. Also das ist quasi im Vorfeld, arbeitet man da mit Bauteilen, wo man sagt, man geht jetzt nicht direkt in die Leistungspositionen hinein, sondern BIM hat ja da auch diesen großen Vorteil, dass sehr viel Information in einer frühen Projektphase zur Verfügung steht. Das heißt, in den Entwürfen ist es schon möglich, dass man die Kosten hochrechnet, aber das auch dementsprechend verknüpft, damit man einen Nachweis herstellen kann, von wo kommen die Kosten. Wir haben quasi die Innenwände orange dargestellt und die Außenwände blau dargestellt und wir machen dann eine differenzierte Auswertung der Innenwände, kommen dort auf einen Richtpreis von 70 Euro je Quadratmeter und das Gleiche können wir dann auch für Außenwände machen, kommen dort auf einen Richtpreis, je nachdem ob Bruttofläche oder Nettofläche gerechnet, wird 60 oder 82 Euro. Und mit diesen Daten gehen wir dann schon im Vorfeld in neue Projekte hinein und rechnen diese Projekte mit diesen Daten hoch. Dann hat das Ganze auch eine, das BIM, das I steht nicht nur für Information, sondern auch für Intelligenz. Es gibt dementsprechend auch eine Intelligenz der Mengenermittlung, da war folgende Fragestellung. Wir haben da ein Bad gezeichnet in Trockenbau, da sind sehr viele Bauteile schon zweifach beplankt, aber wenn Sie das Bad innen mit Fliesen ausführen, mit Wandfliesen, dann müssen Sie einfach beplankte Wände zusätzlich beplanken. Und wir haben quasi den Test gemacht mit dem System, erkennt das System automatisch diese Wände, welche ich zweifach beplanken muss. Und da haben wir die zusätzliche Gipskartonplatte, die wird nur auf zwei Wandflächen gerechnet, Ergebnis 12,19 Quadratmeter. Und in dem Fall die Aufzahlung für die Gipskartonplatte imprägniert, welche Sie im Bad brauchen, wird die komplette Wandfläche Ihnen ermittelt. Also das erkennt das System von selbst. Dann natürlich auch, können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt große Projekte haben, da haben Sie nicht nur ein paar hundert Bauteile, sondern ein paar tausend Bauteile. Und da kann es schon sein, dass irgendwo Bauteile falsch gezeichnet wurden und vielleicht vom System gar nicht ausgewertet werden. Wir haben da ein Beispiel gemacht mit einer Wohnungstrennwand, die haben wir einmal mit 22,5 Zentimeter gezeichnet und dann mit 25 Zentimeter. Im System haben wir eine Auswertung, eine LV-Position für die Wand mit 22,5 Zentimeter. Aber dem User wird dann angezeigt, okay, du hast eine Wand mit 25 Zentimeter in deinem Projekt, diese Wand wird nicht ausgewertet, du musst mit dieser Wand jetzt etwas machen. Entweder du brauchst eine zusätzliche Position, oder es stellt sich vielleicht heraus, dass diese Wand durch einen Anwendungsfehler oder durch ein Überarbeiten auf 25 Zentimeter Stärke verbreitert wurde. Ja, und dann ein weiteres Betätigungsfeld ist BIM2AVA für die Logistik. Sie können quasi aus einem 3D-Bauteil mehrere Auswertungen machen. Wir machen hier eine Auswertung für den LBH-Text, also noch Leistungspositionen, und dann vor allem für die Hersteller da interessant und für die Bauindustrie und vor allem auch für das Bestellwesen auf der Baustelle, dass wir Materiallisten auswerten. Also bei diesem Rohbaubeispiel aus Ziegelmauerwerk, 25 Zentimeter Ziegel habe ich gerechnet, oben 115 Quadratmeter, 25 Zentimeter Ziegel nach Leistungsposition. Aber für den Lieferanten ist natürlich wichtig, wie viel Ziegel muss er liefern, in dem Fall 1.247 Stück oder gleich umgerechnet auf 21 Paletten. Zusätzlich sind dabei die Überlager, die Mauersperrbahn ist dabei und auch wie viele Mauermörteln man braucht, um diese Ziegel zu vermauern. Ja, das sind dann noch weitere Anwendungen, die wir entwickeln, quasi Anwendungen für die, genauso können Sie auch die Haustechnik und die DGA auswerten, dann auch Berechnungen machen für das Facility Management, zum Beispiel, wie viele Quadratmeter Glasflächen habe ich zum Reinigen in diesem Gebäude, das sich jetzt gerade in einem Projektierungsstadium befindet oder wie viele Quadratmeter von diesem Bodenbelag, sind nachher im Betrieb quasi zu reinigen und auch zu pflegen. Dann auch Berechnungen der Nachhaltigkeit, also aufgrund dieser 3D-Mengen, verknüpft dann mit Kennwerten wie quasi CO2-Gehalt, können Sie auch eine CO2-Bilanz rechnen und auch Lebenszykluskosten können Sie damit rechnen. Sie können zum Beispiel unterscheiden, okay, haltet diese Fassade aus Holz, wie lange hält diese Fassade, wann muss ich dort was machen, wie lange hält eine Blechfassade, also so können Sie über große Zyklen quasi Kostenberechnungen machen, um wirklich eine effiziente Planung durchzuführen. Ja, ich glaube, ich war ganz schnell jetzt in meiner Zeit, also das sind jetzt eigentlich bereits gerechnete Projekte, die wir gemacht haben. Rohbau, Fassaden, man sieht auch, man muss nicht ein komplettes Gebäude nachmodellieren, wenn man nur ein Teilgewerk hat. Wir haben das da zum Beispiel mal gemacht, da haben wir nur eine Fassade nachmodelliert für einen Nachunternehmer oder auf der linken Seite nur einen Trockenbau für den Innenausbau. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Scharkinger. Hochinteressant. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir, weil Sie eingangs Deutschland erwähnt haben, dass wir da in Österreich noch nicht ganz vorne dabei sind? Wann kommt BIM jetzt nach Österreich oder wie weit ist es in Österreich? Das ist eine gute Frage. Also BIM ist im internationalen Bereich, im skandinavischen Bereich ist das mittlerweile schon so, dass dort die öffentlichen Auftraggeber BIM verlangen. Also dort können Sie gar kein Projekt mehr ohne BIM abwickeln. in Skandinavien, Finnland ist das so, in Norwegen ist das so, in England, haben wir heute auch schon gehört, ist da auch sehr weit, dort ist es so, dass seit April 2016, also gut vor einem Jahr, hat die Regierung gesagt, okay, wir wickeln nur mehr Projekte über BIM ab. Also man sieht, da ist eigentlich schon, international tut sich da sehr viel. Deutschland ist auf diesen Zug jetzt aufgesprungen, wir haben 2016 die Roadmap entwickelt, die sagt, vor allem im Tiefbau, dass bis 2020 BIM in Deutschland so weit entwickelt ist, dass öffentliche Tiefbauvorhaben nur mehr über BIM abgewickelt werden. Der Hochbau zieht jetzt nach in Deutschland, also da hat es heuer den Erlass gegeben, dass zu prüfen ist, ob Projekte über 5 Millionen nicht mit BIM abgewickelt werden. Und in Österreich ist jetzt eine Roadmap in Vorbereitung, die wird jetzt 2018 fertig. Wenn man sagt, jetzt hat man in Deutschland 2016 begonnen, wir haben zwei Jahre, also wird 2020, 2022 könnte es sein, dass BIM auch in Österreich bei öffentlichen Bauvorhaben vorgeschrieben wird. Eine Norm gibt es ja, glaube ich, schon. Gibt es eine Richtlinie, ist die in Ausarbeitung? Ja, also wir waren da sehr innovativ, bis 2015, also da sind wir eigentlich ganz weit vorne dabei gewesen. Also wir sind in Österreich die Ersten gewesen, die eine BIM-Norm haben, die sehr innovativ, also dort werden die Lebensphasen deklariert und auch welche Eigenschaften, welches Projekt in welcher Lebensphase haben muss. Es scheitert jetzt ein wenig an der Umsetzung von der Theorie in die Praxis und dazu bin ich auch im Arbeitskreis ÖBV tätig, österreichische Bautechnikvereinigung. Vor allem bei Österreich ist in der Baugewerbe sehr klein strukturiert, viele kleinere Unternehmen und mittlere Unternehmen und dort ist es wesentlich schwieriger, jetzt diesen interdisziplinären Prozess einzuführen. Das wollte ich gerade fragen, die österreichische Bauwirtschaft kennen wir ja, da sind sehr viele kleinen, maximal Mittelbetriebe. Ja, genau. Ist das für die auch ein Thema und wenn ja, wie setzen die das am besten um? Es wird ein großes Thema werden, weil über 80 Prozent der österreichischen Bauleistung von kleinen und Mittelbetrieben abgewickelt wird. Also das ist kein unerheblicher Betrag, wenn man denkt, wir haben in Österreich um die 35 bis 40 Milliarden, die da umgesetzt werden. Ich kann das nur jetzt ein bisschen aus meiner Erfahrung, der Kunde tun. Wo man sehr viel gewinnt, ist eigentlich bei Veranstaltungen wie hier, wo man auf Gleichgesinnte trifft. Ich bin da sehr viel im deutschsprachigen Raum unterwegs gewesen, Schweiz und Österreich, damit man einmal Partner findet, die sich für diese Technologie interessieren. Dann auf der anderen Seite wird es auch Pilotprojekte brauchen in Österreich, wie sie in Deutschland umgesetzt werden. Und zu guter Letzt haben wir in der Wirtschaftskammer, vor allem in der Bauinnung eine Initiative, wo BIM-Beratungschecks gefördert werden, um eben für kleinere und mittlere Unternehmen diesen Erstkontakt zu BIM herzustellen, wo hochspezialisierte Leute dann ins Unternehmen kommen, ein bisschen dort die Prozesse durchleuchten. Okay, was ist in einem Unternehmen schon da? Haben die vielleicht sogar schon eine Software, die BIM kann, die diese EFC-Schnittstelle hat? Also ich habe da in meiner Praxis erlebt, dass sehr viele Leute gar nicht wissen, dass je Software diese EFC-Schnittstelle hat. Und dann ist natürlich der erste Punkt, okay, selbst zu beginnen, 3D zu modellieren, sich mit dieser Software-Schnittstelle auseinanderzusetzen und eben im Zuge von Veranstaltungen einen Partner zu finden, mit denen man sich in Zukunft austauschen kann, um einfach diesen Prozess mal lebendig zu gestalten. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben eine Frage vorne in der dritten Reihe. Wenn ich die Kollegin bitten darf, mit dem Mikrofon da ganz kurz einmal hinüber zu kommen. Wunderbar. Die nehmen wir gerne noch mit, die Frage. Danke schön. Eine ganz einfache Frage. In die Zukunft gerichtet wird es auch für den privaten Häuslbauer mal eine BIM geben. Der Häuslbauer möchte ja sein eigener Bauherr sein. Er möchte planen und ausführen. Planen stelle ich mir dann so vor, ich setze mir die Google-Brille auf, schaue auf mein Grundstück und baue mir mein Haus 3D-mäßig zusammen. Und auf der ausführenden Seite stelle ich mir das dann so vor, dass die modulare Bauweise es möglich macht, dass dann nur noch die Module angeliefert werden und innerhalb eines Tages mein Haus steht. Wie beurteilen Sie das, dieses Szenario? Es gibt Entwicklungen in diese Richtung. Also diese 3D-Projektierung wird zukünftig stattfinden, natürlich auch vernetzt mit den Bauherren. Der Bauherr wird sich wesentlich leichter tun, seine 3D-Projektierung oder Planung zu beurteilen, auch im Einfamilienhausbereich, weil sie quasi ihr Modell dreidimensional dargestellt werden. Also wir haben auch schon Tests gemacht mit Head-Up, mit Head-Up Displays, genau, wo man sich quasi in diesen dreidimensionalen Raum bewegt und sich das auch dann viel besser vorstellen kann. Und diese Informationen, die werden dann auf diesem 3D-Modell abgespeichert und können natürlich dann eins zu eins über die Schnittstelle an die ausführenden Firmen übertragen werden. Und natürlich ist diese Projektierung im Vorfeld sehr genau und das ermöglicht natürlich auch, dass man quasi viel mehr in Zukunft vielleicht auch mit Fertigteilen arbeitet und das wirklich dann innerhalb kürzester Zeit aufstellen kann. Ich habe da zum Beispiel, es gibt da Beispiele in China, da werden ganze Hotels, 15 stockwerkige Hotels in 15 Tagen aufgestellt. Also da ist alles so durchgeplant von der Logistik. Da sehen Sie quasi, da wird die Steckdosen und die Heizkörper und die Schalte, die werden nicht mehr durch das Gebäude spazieren getragen, sondern die werden fixfertig auf einer Palette angeliefert, werden in den Raum hineingeschnellt, wo sie dann benötigt werden. Die Arbeiter gehen dorthin, der Elektriker schneidet diese Palette auf, nimmt sich seine Teile heraus und versetzt die. Das braucht natürlich auch ein bisschen einen Kulturwandel in der Zusammenarbeit. Aber dort sieht man das eigentlich schon, wie man das perfektioniert hat und da wird man auch die Bauweisen dann dementsprechend beschleunigen können. Danke für die Frage. Ich glaube, jeder, der einmal in seinem Leben ein Haus gebaut hat, kann jetzt nur mit den Augen rollen und sagen, warum war das bei mir damals nicht so. Herr Schachinger, vielen herzlichen Dank. Ich sage danke. Hochinteressant. Danke vielmals. Und damit hat unser letzter Referent vor der kurzen Mittagspause jetzt die Aufgabe, uns jetzt sozusagen bis zum kleinen Mittagssnack bei Laune zu halten. Das wird...